Baluf wurde 1921 in Neuhausen auf den Filtern gegründet. Mit unseren weltweit 4000 Mitarbeitern sind wir in 68 Ländern vertreten. Unser umfassendes Portfolio innovativer Automatisierungslösungen macht uns schon heute zum Schrittmacher für das Industrial Internet of Things. Das Thema Digitalisierung setzen wir auch in unseren internen Abläufen ein. Somit haben wir die Chance, es nicht nur von der technischen Seite, sondern auch von der Seite Organisationsentwicklung zu beleuchten. Für uns kann Digitalisierung nur mit der Organisation stattfinden. Um unsere Mitarbeiter für das Thema Organisationsentwicklung und Digitalisierung zu sensibilisieren, haben wir bereits im Jahr 2017 verschiedene unserer Anwendungen aus den Produktions- und Logistikbereichen in einem Rundgang, den Walk of Automation, zusammengefasst. Die digitalen Use Cases wirken hierbei in zwei Funktionen. Zum einen können durch die Eliminierung von verschwendungsreichen Tätigkeiten die Mitarbeiter entlastet werden und können sich dadurch auf ihre wertschöpfenden Tätigkeiten, höherwertigen Tätigkeiten konzentrieren. Zum anderen werden die Mitarbeiter durch die zusätzliche Transparenz bei ihrer täglichen Arbeit unterstützt. Beides wird von den Mitarbeitern als wertvoll wahrgenommen. Wir haben hier in Neuhaus in unserem Logistikzentrum die Verbrauchskartonagen-Bestellung von einer manuellen Bestellung auf eine automatische Bestellung umgestellt. Dazu benutzen wir natürlich unsere eigenen Balloff-Sensoren. Diese messen die Höhe der Paletten. Sollte der Bestand einen Grenzwert unterschreiten, wird automatisch eine SAP-Bestellung generiert. Dadurch haben wir natürlich einen einfachen Bestellprozess. Wir haben den schnelleren Überblick über die aktuellen Bestände. Vorteil für unsere Mitarbeiter ist natürlich, sie können sich auf ihre Kernarbeit konzentrieren, aufs Verpacken. Sie müssen sich keine Gedanken mehr machen über die Verbrauchskartonagen. Die Vorteile der Digitalisierung liegen für uns klar auf der Hand. Durch die digitalen Prozesse können wir die Produktivität steigern und durch die Selbstorganisation der Mitarbeiter die Führungskräfte entlasten. Aber nicht nur für uns, auch für unsere Kunden sind die Vorteile klar auf der Hand. Durch bessere Kennzahlenverfolgung und durch gesteigerte Produktivität können wir höhere Liefertreue und höhere Qualität für Sie realisieren.